Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Werbeleiter der SOAG habe ich Ihnen heute eine wichtige Mitteilung zu machen. Ich habe entschieden, dass der ESSO-Tiger seine Rolle ausgespielt hat. Auch wenn einige von Ihnen diesen Tiger ganz gern mochten. Ab April ist Schluss mit seinen Witzen. Ich selbst werde Ihnen dann über die ESSO-Produkte berichten. Also, mit dem Tiger ist es vorbei. Der Tiger geht. Ich hoffe, auch Sie werden das begrüßen. Guten Abend. Oder von ESSO? Ganz klar, wer für den Fortschritt ist, ist für den Tiger. Bitte Ruhe! Herr Werbeleiter, der Tiger muss weg. Seine Zeit ist vorbei. Witzige Tiere sind nicht mehr aktuell. Und was sagt der Tiger dazu? Ich bleibe natürlich, denn ich habe meinen Freunden mehr zu bieten als nur Spaß. Mein Programm heißt Fortschritt. ESSO-Produkte noch besser. ESSO-Zubehör noch vielseitiger. ESSO-Service noch perfekter. Alle ESSO-Tankwarte rufen auf zur Tigerwahl. Wer für den Fortschritt ist, wählt den Tiger. Jetzt geht es um die Entscheidung, Freunde. Jetzt wird gewählt. Mein Programm heißt Fortschritt. ESSO-Produkte noch besser. ESSO-Zubehör noch vielseitiger. ESSO-Service noch perfekter. Der Tiger muss weg, er... Also wählt, Freunde, wählt. Aber richtig. Danke, Freunde. Danke, danke. Ich glaube fast, der Werbeleiter ist nicht erschienen. Wir siegen. Der Fortschritt siegt. Mein Programm ist der Fortschritt. ESSO-Produkte noch besser. ESSO-Zubehör noch vielseitiger. ESSO-Service noch perfekter. Freunde, wer für den Fortschritt ist, siegt mit mir, mit dem Tiger.